Hallöchen liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Dynamisier-Tabletten und ich muss mal ganz kurz hier draufklicken, alles klar, dass die Credits da auch multiplayer sein können. Wir sind zurück bei 911 Operator und wir hatten das letzte Mal das Tutorial mal angespielt, was mir nicht so viel erklärt hat. Wir gehen einfach mal ins Free Game. Career ist ganz einfach erklärt. Da startet man in der Stadt mit kaum Mitteln und baut sich halt in der Stadt was auf und kann dann die nächste Stadt freischalten. Ja, mein Gott. Sei es drum. Wir gehen mal ganz kurz und machen Chicago. Okay, okay. Er lädt die neueste Map jetzt unter. Chicago lädt und dann setzen wir in Chicago sozusagen mal das Spiel fort. Ähm, okay, jetzt kann ich Continue machen. Aber es ist nicht so, dass wir beginnen mit Training. Okay. Äh, warum kann ich denn jetzt Quit-Tutorial? Ja, ich will den Tutorial skippen. So, wir hätten noch, äh, was haben wir denn an Geld? Geld haben wir 2000, das ist natürlich nicht sehr viel. Wir können uns überhaupt gar nichts davon kaufen, weil, äh, geht eben nicht. Hm, hier gibt es dann halt Technical Trucks, Firetruck, Fireman's Pickup. Äh, hat keine Tools und so weiter mehr dabei. Wir haben jetzt derzeit einen Firetruck, einen Ambulance und einen Police Car. Ähm. Oh, da sind das unsere Squads. Das ist auf jeden Fall unser Equipment, das wir haben. Wir haben eine Bulletproof-Vest. Ja, wir starten jetzt erstmal. Okay, wir haben dann doch ein paar Trucks hier und Cars und so weiter und so fort. Und hier haben wir ein paar Stationen, das heißt, die kann man dann halt auch immer wieder besetzen. So, los geht's. Lasst uns loslegen. Ja, äh, können wir ja mal eben, schicken wir mal eben Streifenwagen. Dann sollen die das mal klären. Äh, das warnt ihr laut. Schicken wir mal ein Bike hin. Call. 9-1-1, what's your emergency? Hi, hello. I don't have an emergency, but I'm making a computer game about your work and I'd like to possibly talk for a moment. Sir, sir, do you have an emergency? Uh, no, I don't, but, but can we speak possibly? Uh, sir, you should contact the emergency services department with your case. Okay, how can I reach it? Okay, uh, can I ask for your name so I can put it in the request? Uh, sorry, but you cannot. Please do not block the line. Okay, I'm sorry. Thanks and bye. Ja, gut, ähm, ja. Ja, das hier dauert noch ganz kurz, er ist aber auch erledigt. Wir sitzen zwei drauf. I saw Vandals. Äh, da brauchen die definitiv nochmal Verstärkung. Dann schicken wir mal ganz kurz Verstärkung auch hin. New Report, alles klar, gehen jetzt der Krankenwagen hin. Das ist alles ein bisschen weiter verteilt hier. Neuer Call. 9-1-1, what's your emergency? Hello, it's been a car crash. Where did the collision happen? Around 1-1-1-1. Are there any injuries? No, not her. When did it happen? Five minutes ago. Do you know who caused the accident? The other driver, he's obviously drunk. Are any of the vehicles blocking traffic? No, they're not. Alright, sir, please wait for the emergency services to arrive. Okay, thank you. Was passiert denn bei St. All? Oh, nein, nein, nein. Wollte ich gar nicht. Scheiße. Jetzt schicke ich da echt alle hin. Okay, also, all ist auch all. Suspects in custody. Requested case resolved. 1-1-K, 1-1-K. Requested air in a situation. We are ready. Ready for the next case. Ready for the next case. So, hier brauche ich. Reporting. Äh. Dann definitiv die und die. Reporting. I copy. Go, go. 9-1-1, what's your emergency? Yeah, I need some help. What's the problem, little guy? With my math. Well, where do you live, little guy? Go, with my math. With your math? I have to do it. Will you help me? No, I can't do that, but I can send someone else to help you. Okay, um. Is your mom or dad nearby? Yeah, but she's busy. Can you ask your mom to come on the phone? Mom! Come on the phone! Mom! Oscar, what are you doing? The policeman is helping me with math. What did I tell you about staying on the phone? No problem, ma'am. Is everything all right there? Yeah, I'm sorry. I'll tell you to stay on the phone. It's all right, ma'am. Just make sure he's not afraid to make a 911 call in the future. Okay? Of course, thank you. Goodbye. All right, all right, can you just get out of the phone? All right, I'm just getting out of the phone. Police Transporter needed. Is that a Police Transporter? I'm heading over there. Actually, it's a Police Transporter. Case resolved. Okay, it's been a case. It's been a police. What are the orders? 10-4. What are the... Affirmative. There's a man putting a needle in his arm. Alles klar. We're ready. 10-4. Neuer Report. Waiting for instructions. A copy? Go in there. 9-1-1. What's your emergency? Hello? There was a car collision. Where did the collision happen? Around. We're in 3-3. Are there any injuries? No, no one. When did it happen? Well, five minutes ago. Are any of the vehicles blocking traffic? No, they're not. Do you know who caused the accident? Well, I did. All right, sir. Please wait for the emergency services to arrive. Okay, thank you. Reporting. I copy. Going there. We are ready. Waiting for instructions. Heading over there. What are the orders? Heading over there. Case resolved. Heading over there. Heading over there. Oh, yeah, 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 yeah. Schick alles, was hier geht, quer durch die Stadt, ey. Ich hab jetzt schon fast ein bisschen den Überblick verloren. We are ready. Lieutenant Ford. Ich weiß nicht, ob das hier so gut ist für den Transport. Ich schicke jetzt einfach alles hin, was geht. We are ready. We are ready. We are ready. I copy. Going there. We are ready. On my way there. Schauen wir mal den. We are ready. 10-4. We are done here. Aye, aye, aye. New call. 911, what's your emergency? Hello? Hello, sir. We got a 911 call from your phone. Do you have an emergency? Excuse me. My phone. I accidentally called 911. Sir, are you having an emergency? No, I'm not. Please lock your phone and make sure you won't call 911. by accident again, okay? That way you won't take up an emergency line for more important calls. Of course. I'm sorry. Okay. We are ready for the next case. Searching over the case. Alles klar, alles klar. Alles wird gut. Reporting. On my way. Fahr mal dahin, dass wir es so ein bisschen verteilt haben. Oh, jetzt brauchen die da neue Hilfe. We are ready. On my way there. Schicken wir das Bike. Das ist ein bisschen schneller. So, Feuerwehr kommt gleich an. Hier muss ein Krankenwagen hin. Alles klar. Schicken wir da mal was hin. So, hier ist einer. Hier, das ist den Brandlöschen. Oh, alles klar. We have a suspect here, requesting transport. Transport needed. Alles klar. Was geht da hin? New call. 911, what's your emergency? Hello? It's been a car crash. Where did the collision happen? Around 1. 1. Are there any injuries? Yeah, two people with some injuries. When did it happen? Just a moment ago. Do you know who caused the accident? The other driver. He's obviously drunk. Are any of the vehicles blocking traffic? Yeah, both completely destroyed. Alright, Sir. Please wait for the emergency services to arrive. Okay, thank you. So, dann schicke ich da mal alles mögliche hin. We're ready. I copy. Go on there. Reporting. Reporting. Die können wieder zurück zur Wache. Die müssen jetzt zurück zur Wache. Ja, alles klar. What are the orders? I copy. Go on there. We're ready. I copy. Go on there. Oh, yeah, yeah, yeah. Case resolved. So, und der ist hier abgehandelt. Alles klar. Rettungsubschrauber haben wir noch. 911, what's your emergency? Hello? There's an unconscious man here on the pavement. Where are you calling from? Around... Is he breathing? Yeah, I think he's breathing. Does he have any visible injuries? No, I think he's not injured. Is it possible he's drunk? Yeah, he smells like hell. Completely drunk. I'll send someone right away. Bye. Äh, wo ist denn jetzt dieses Eisenhower Street Ding? Oh, wow. You got injured going to the hospital. Hier ist ein neuer Status Report. Reporting. On my way there. Die fahren dann da mal hin. So. Ai, 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 ai. Aber es kann sein, dass die gleich den Ding einsperren. Schicken wir die ja schon mal hin. Da wird auch ein Polizeitransporter benötigt. Schicken wir den jetzt mal da hin. Dann fehlt uns ein Polizeitransporter dafür. Ah, nee, das hat funktioniert. Alles klar. Da schicken wir dann mal eben. We're ready. We're ready. I copy. Going there. Will jemanden hin? We need to transport some criminals. Can we get some... Suspects awaiting transport. Wo denn hier? Standing by. Waiting for instructions. Waiting for instructions. Heading over there. On my way. Ach, die sind voll. Äh, der ist voll, die sind voll. Haben sie denn die voll? We're ready. I can't say so. Oh, the crowd here. The last group of individuals. I can't find our suspect. Waiting for instructions. I copy. Ready. For next report. We're ready. Das ist erledigt. I copy. Going there. Waiting for instructions. Ich komm, ich komm klar. Ich komm klar. Boah. So, jetzt haben wir 11.000 hier gemacht, oder was? So, hier können wir also ein bisschen Abschluss sehen, was uns hier... Okay. Wie soll ich früher so viel gelaufen? Family abuse. Okay. Alles klar. Aber anscheinend haben wir hier alles ganz gut erledigt. Ähm... General... Okay, jetzt kommen wir back. Jetzt können wir was kaufen. Und können uns wieder aufrüsten. Weil wir haben jetzt insgesamt 52.000. Damit können wir natürlich hier keinen Medicaid-Copter oder sowas kaufen. Aber wir könnten damit ein bisschen Zeug schon kaufen. Aber das machen wir alles beim nächsten Mal vielleicht nochmal. Ich danke euch erstmal fürs Zusehen. Das war erstmal eine neue Folge 9-1-1 Operator mit ein paar neue Missionen dabei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Cruncho sagt Danke. Bis dahin. Haut rein. Ciao.